Mein Name ist Christoph Zoller. Ich bin neben meinem Bruder Alexander und meinem Vater Eberhard Zoller Geschäftsführer im Familien- und Technologieunternehmen Zoller. Ich bin sehr stolz darauf, Ihnen die PowerString 400-600 Geräteserie vorzustellen. Wir fokussierten unsere Erfahrungen und Kompetenzen für diese Produktneuentwicklung und setzen einen weiteren Meilenstein und kompletieren das Produktportfolio. Typisch Zoller, alles aus einer Hand. Die PowerString 400-600 Geräteserie zeichnet sich aus durch ein ergonomisches Design für die effiziente Anwendung. Die Gerätebauweise ist für eine sichere Bedienung in Ihrem Unternehmen, TÜV und nach ULCSA-Richtlinien zertifiziert. Ein Ergebnis dieser jahrelangen Entwicklung, auf das wir ganz besonders stolz sind, ist die 30-prozentige Energieeinsparung gegenüber dem Vorgängermodell. Ein ganz wichtiger Punkt, mit dem Zoller seinen Beitrag für den nachhaltigen Einsatz der PowerString-Geräte in der Fertigung leistet. Mit dem neuen Bedienkonzept Act by Light entwickelten wir eine lichtgesteuerte Bedienerführung für den sicheren und effizienten Einsatz der Geräte in Ihrem Unternehmen. Mit der neuen PowerString 400-600 Geräteserie sparen Sie Zeit, reduzieren Ihre Stromkosten und schonen Ihre Schrumpffutter. Das perfekte Zusammenspiel zwischen Elektronik, Software und Mechanik führt Sie prozesssicher durch den Schrumpfprozess. Dank der Produktionsstandorterweiterung von Zoller in Bleidelsheim sind wir in der Lage, noch wirtschaftlicher und effizienter zu fertigen. Die Zollermontage, ein Team aus hochqualifizierten, speziell ausgebildeten Monteurinnen und Monteure und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Qualitätssicherung sorgen täglich dafür, dass auch Ihr PowerString zuverlässig in Ihrer Zollerfertigung ankommt. Erst wenn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 100% zufrieden sind, verlässt das Gerät die Zoller Linienmontage und ist mit dem Zoller Gütesiegel versehen. Was Sie hier sehen, ist die Zoller Induktionsspule. Diese ist mit zwei getrennten Wicklungen ausgeführt. Diese Wicklungen sind unterschiedlich aufgebaut und separat angesteuert. Der Schrumpfprozess kann entweder nur mit der oberen Wicklung ausgeführt werden oder nur mit der unteren oder mit beiden Wicklungen zusammen. Das bedeutet reduzierte Heizzeiten, geringere Temperaturen im Futter, kürzere Zykluszeiten und damit garantierte längere Lebensdauer Ihrer Werkzeugaufnahmen. Der Energieverbrauch beim Ein- und Ausschrumpfen ist dadurch um 30% reduziert. Damit ein nachhaltiger Einsatz bei wesentlich reduzierten Energiekosten. Die klar strukturierte grafische Bedienoberfläche der Zoller Pilot Software leitet den Bediener durch große Funktionsbuttons und einem durchdachten Farbkonzept intuitiv und sicher Schritt für Schritt durch den Bediendialog. Der 12,5 Zoll Monitor überzeugt durch seine gestochen scharfe Darstellung. Durch einfaches Scannen des Datamatrix-Codes auf dem Zoller ID-Chip werden die Schrumpfparameter automatisch aus der Datenbank geladen. Damit starten Sie schnell und sicher Ihren Schrumpfprozess. Das Kühlsystem der neuen PowerString-Geräteserie bietet alles, was Sie für einen effizienten Kühlprozess benötigen. Eine handgeführte oder komfortable Linearführung der Kühlglocken zur exakten Positionierung über der Werkzeugaufnahme. Kühlglocken mit der visuellen Anzeige Zoller Cool by Light für die schnelle Auswahl und Temperaturkontrolle. Der Zoller Kühlmanager spart Ihnen zusätzlich Energie. Er schaltet das Kühlaggregat dann ein, sobald es benötigt wird. Die glatte und robuste Arbeitsfläche aus Edelstahl bietet genügend Platz für das Kühlen Ihrer Werkzeugaufnahmen. Das Material ist optimal abgestimmt auf die Aufnahmetöpfe, damit diese schnell und geräuscharm verschoben werden können. Die Konstruktion des Zoller Untertischsystems ist sehr stabil und robust ausgeführt und bildet damit die perfekte Basis für ein langlebiges Produkt. Die Fronttüre lässt sich einfach öffnen und bietet direkten Zugriff zur Wasserkühlung für nötige Kontroll- und Wartungstätigkeiten. Die Wasserkühlung ist auf einer Linearachse angebracht, damit diese einfach für diese Tätigkeiten ausgefahren werden kann. Das Gerät erhalten Sie optional mit Rollen und einem Griff. Damit können Sie das Gerät flexibel in Ihrer Fertigung positionieren. Weitere Ablagemöglichkeiten sind gegeben für die integrierte Rauchgasabsaugung sowie zum Beispiel eine Ausschrumpfeinrichtung. Eine Schublade gibt Platz für weiteres Material und Zubehör direkt am Gerät. Ablageboards auf der rechten und linken Seite bieten prozessnah Platz für zum Beispiel Handscanner, Sicherheitshandschuhe, Reinigungsbürsten sowie Kühladapter und Aufnahmeringe. Sie runden damit die ergonomische Bedienung des Gerätes ab. Zoller setzt wirtschaftliches Handeln mit Nachhaltigem auf eine Stufe. Denn nur wer ressourcenschonend und umweltfreundlich fertigt, spart langfristig Geld und produziert im Einklang mit der Umwelt. In eine energieeffizientere Zukunft führt Powershrink mit dem einzigartigen Erhitzungsprozess, dem Zoller Induktionssystem, der Schlüsselkomponente für diese Produktneuentwicklung. Der Wirkungsgrad beim Zoller Schrumpfprozess ist nahezu eins. Diese Energieeinsparung konnte durch eine intelligente Leistungselektronik dieser Spule mit zwei Wicklungen erzielt werden. Das heißt, die verbrauchte Energie ist die Energie, die an Ihren Schrumpffuttern ankommt. Mit dem Zoller Powershrinkgerät sind Sie bestens für eine nachhaltige Zukunft aufgestellt. Das bedeutet für Ihr Unternehmen 30 Prozent Energieeinsparung gegenüber dem Vorgängermodell. Werkzeugaufnahmen und Ressourcen werden geschont. Sie sparen langfristig und nachhaltig. Die Zoller Induktionsspule ist mit zwei getrennten Wicklungen ausgeführt. Diese sind unterschiedlich aufgebaut und werden separat angesteuert. Es ist möglich, nur mit der oberen Wicklung zu schrumpfen oder der unteren oder beiden Wicklungen zusammen. Welche Wicklung im Einsatz ist, wird direkt vorne an der Spule durch das Schrinkbeilei-Visualisierungssystem von Zoller angezeigt. Die Zoller Rauchgasabsaugung ist direkt im Spulengehäuse integriert. Damit werden die Rauchgase direkt dort abgesaugt, wo sie entstehen. Die Rauchgasabsaugung ist damit optimal ausgeführt und der Schutz der Bedienerin und des Bedieners ist ideal gewährleistet. Die Filtereinheit der Rauchgasabsaugung befindet sich direkt im Untertischsystem. Die Zoller Induktionsspule ist mit einer Schnellwechseleinrichtung ausgeführt. Damit können Sie zwischen einer 14 kVa und 22 kVa Spule schnell wechseln. Durch eine optimierte Spuleninnengeometrie können unterschiedlichste Werkzeugaufnahmen kollisionsfrei verwendet werden. Durch die geringe Bauhöhe von nur 30 mm zwischen Werkzeugauflage und Spulenoberkante können kurz auskragende Werkzeuge einfach ausgeschrumpft werden. Die Zoller Induktionsspule kann mit einem Bediengriff wahlweise links, rechts oder beidseitig für eine optimale Bedienfreundlichkeit ausgestattet werden. Eine Kombination zwischen Energie und Spulenstrom ermöglicht es, dass die Endtemperatur der Werkzeugaufnahme nach dem Schrumpfprozess nahezu konstant ist. Dadurch wird ein negativer Einfluss von inkonsistenten Stromnetzen vermieden. Die konstruktive Ausführung der Spulenachse ist sehr stabil und für eine lange Lebensdauer ausgeführt. Eine pneumatische Achsklemmung, eine hochpräzise THK-Führung, ein Gegengewicht ermöglichen der Bedienerin und dem Bediener eine schnelle und effiziente Bewegung der Spule. Die neuen Zoller PowerShrink 400-600 Geräte sind mit zwei grundlegenden Spulenvarianten verfügbar. Eine Ausführung mit Anschlagscheibe und die Variante Zoller Warrock für mehr Komfort und den Ausblick für automatisierte Prozesse. Die Zoller Induktionsspule Warrock wurde inspiriert von moderner Architektur und der optischen Kinematik. Damit ist der Abteilung Forschung und Entwicklung bei Zoller ein wirkliches Meisterstück gelungen. Die fließenden und ineinandergreifenden Bewegungen der acht Abschirmelemente erlauben die präzise Einstellung des Durchmessers der Warrock für das prozesssichere und komfortable Schrumpfen Ihrer Werkzeugaufnahmen. Mit einem maximalen Innendurchmesser von 45,8 lassen sich auch Werkzeuge mit einem größeren Schneidurchmesser einfach ein- und ausschrumpfen. Die optional erhältliche LED-Bedienerführung Zoller Schrank by Light schließt Bedienerfehler aus. Das lichtgesteuerte Farbkonzept gibt an, ob der gewählte Durchmesser dem hinterlegten Datensatz entspricht. Nur dann kann der Schrumpfprozess gestartet werden. Überhitzte Werkzeugaufnahmen durch falsch eingestellte Spulen sind ausgeschlossen. Mit der neuen Zoller PowerString 400-600 Geräteserie bietet Ihnen Zoller einen optimierten und prozesssicheren Schrumpfablauf für Ihr Unternehmen. In der Zoller Pilotsoftware haben Sie verschiedene Auswahlmöglichkeiten, wie Sie den Schrumpfprozess starten können. Am besten wählen Sie den Schritt Scannen. Sie nehmen den Handscanner aus der Halterung und scannen den Datamatrix-Code an Zoller ID-Chip. Die Zoller Warrock Spule mit der Option der motorisierten Verstellung positioniert automatisch den richtigen Durchmesser. In der Zoller Pilotsoftware sehen Sie, dass Sie über die Lineareinheit die Spule über die Werkzeugaufnahme positionieren können. Durch die Aktivierung der Achsklemmung können Sie die Spule einfach über die Werkzeugaufnahme positionieren. Haben Sie diesen Prozessschritt abgeschlossen, bestätigen Sie diese und bekommen sofort angezeigt, dass Sie den Heizvorgang starten können. Sie können diesen Heizvorgang nun entweder über die Pilotsoftware direkt starten oder über den Funktionsbutton, der hier am Bediengriff aufleuchtet, direkt an der Spule. Wir starten den Prozess über die Software und dann wird die Heizleistung vollautomatisch eingebracht. Sie sehen hier den Ablauf. Automatisch wird die Rauchgasabsaugung mit dazu geschalten und der Heizvorgang ist schon abgeschlossen. Sie fahren die Spule nach oben, nehmen das Werkzeug und setzen es in das Futter ein. Über das Zoller Cool By Light wird Ihnen direkt angezeigt, welche Kühlglocke Sie entsprechend anfahren sollen. Sie schieben den Aufnahmetopf zur Kühlglocke und über eine einfache Push-Bedienung kann über die Lineareinheit die Kühlglocke über das Werkzeug einfach abgesenkt werden. Die Kühlglocke schaltet dann um auf die Farbe Rot, die Ihnen anzeigt, dass nun der Kühlvorgang gestartet wird. Das heißt, Rot, warmes Werkzeug, Kühlvorgang ist aktiv. Der Kühlvorgang bleibt nun so lange aktiv, bis die Farbe Blau leuchtet und Ihnen angibt, dass der Prozessschritt beendet ist. In der Zwischenzeit können Sie natürlich sofort ein weiteres Werkzeug schrumpfen und hier entsprechend über den gleichen Ablauf bearbeiten. Sie sehen, die Software ist sofort wieder auf den Schrumpfprozess gesprungen, sodass Sie hier direkt den nächsten Prozessschritt ausführen können. Die Kühlglocke können Sie wahlweise auch mit anderen Durchmessern bestücken. Das heißt, falls Sie zum Beispiel hauptsächlich Durchmesser 10 bis 20 haben oder 10 bis 16, können hier verschieden gleiche Kühlglocke angebracht werden, sodass hier der entsprechende Kühlprozess effektiver ausgeführt werden kann, dass Sie gleiche Werkzeugaufnahmen in Reihe kühlen können. Nun sehen Sie die Farbe Blau. Das Werkzeug ist komplett gekühlt. Sie können die Kühlglocke über die Lineareinheit einfach wieder einrasten. Die Farbe wechselt auf grün. Das heißt, die Position steht wieder zur nächsten Bearbeitung bereit. Sie können das Futter entnehmen und nun den nächsten Prozessschritt ausführen, zum Beispiel Wuchten oder direkt am Einstell- und Messgerät die Vermessung des Werkzeuges ausführen. Sie haben gesehen, wie man mit dem neuen Zoller Powershrink 400-600 Gerät einen prozesssicheren Ablauf für den Schrumpfvorgang ausführen kann. Die Zoller Induktionsspule mit Abschirmscheiben steht in zwei Varianten zur Verfügung. Die Standardversion, bei der der Heizvorgang über eine Folientastatur aktiviert wird oder als Option über die Zoller Pilot-Software und einem 12,5-Zoll-Monitor. Als weitere Option steht das Zoller Schrink-by-Lite LED-Bedienerführungssystem zur Auswahl zur Verfügung. Durch Auswahl der Scan-Funktion in der Zoller Pilot-Software kann über den Handscanner einfach der Datamatrix-Code am Zoller ID-Chip gelesen werden und der Datensatz wird automatisch aus der Datenbank geladen. In der Software wird angezeigt, welche Abschirmscheibe ausgewählt werden muss und in die Spule einzubauen ist. Aus dem Magazin der Abschirmscheiben kann diese einfach entnommen werden und in die Spule eingesetzt werden. Über das Zoller LED-Bedienerführungssystem Shrink-by-Lite wird angezeigt, dass die richtige Abschirmscheibe eingebaut wurde. Damit ist sichergestellt, dass die Konfiguration der Spule dem hinterlegten Datensatz in der Datenbank entspricht und der Schrumpfprozess kann sicher gestartet werden. Damit ist sichergestellt, dass ein überhitzender Werkzeugaufnahmen verhindert wird. Ein ganz besonderes Produktdesign ist Zoller beim Kühlprozess gelungen. Das Kühlsystem der neuen PowerShrink 400-600 Geräteserie bietet Ihnen alles, was Sie für einen effizienten Kühlprozess benötigen. Die Kühlung kann wahlweise mit Kühlglocken oder mit Luftkühlung ausgeführt werden. Die Kühlglocken können wahlweise mit der visuellen Anzeige Zoller Cool-by-Lite ausgestattet werden. Sie sind handgeführt oder können durch eine komfortable Linearführung sicher und schnell über der Werkzeugaufnahme positioniert werden. Der Zoller Kühlmanager spart Ihnen zusätzlich an Energie. Er schaltet das Kühlmodul nur dann ein, wenn es tatsächlich benötigt wird. Die Vorteile des neuen Kühlsystems der PowerShrink 400-600 Geräteserie bedeuten für Ihr Unternehmen ein ergonomisches, flexibles Kühlmodul, anpassbar auf Ihre Anwendung. Ein LED-geführter Kühlprozess für eine klare, sichere Bedienerführung, für maximale Sicherheit für Ihre Bedienerinnen und Bediener. Ein optimierter Kühlprozess für das schnelle Abkühlen Ihrer Werkzeugaufnahmen. Wählen Sie die Standard-Kühlglocke für einfaches Kühlen. Wählen Sie die Kühlglocke mit LED-Ausführung für mehr Komfort, Sicherheit und Schnelligkeit im Kühlprozess. Sie haben die Wahl zwischen zwei Varianten der Kühlglockenführung. Der Standard-Blickmechanismus für die handgeführte Bedienung oder die komfortable Linearführung für maximalen Komfort und Sicherheit, welche beim PowerShrink 600-Gerät zur Anwendung kommen kann. Beim Standard-Klickmechanismus werden die Kühlglocken über eine spezielle Einhängung ausgerichtet und zentriert. Diese Einhängung kann in der Höhe variabel verstellt werden auf die in Ihrem Unternehmen üblichen Werkzeuglängen. Damit stehen die Kühlglocken in einer ergonomischen Arbeitsposition für den schnellen und effizienten Einsatz zur Verfügung. Durch die komfortable Linearführung der Kühlglocken wird sichergestellt, dass diese exakt über der Werkzeugaufnahme positioniert werden. Durch den intelligenten Push- und Release-Mechanismus wird die Kühlglocke kontrolliert aus der Arretierung gelöst und eine abrupte Bewegung wird vermieden. Durch den optimalen Gewichtsausgleich wird eine langsame, gleichmäßige und sichere Bewegung der Kühlglocke gewährleistet. Diese wird kontrolliert und exakt über der Werkzeugaufnahme positioniert. Über die Zoller Pilotsoftware können Sie über die Typenauswahl auswählen, welches Schrumpffutter Sie verwenden. In einer Auswahl werden Ihnen standardisierte Vorgaben gegeben. Wir setzen ein Standardfutter ein, wir wählen den Durchmesser aus und in der Software wird Ihnen angezeigt, welche Abschirmscheibe Sie einzubauen haben. Aus dem Magazin wählen Sie die entsprechende Abschirmscheibe aus und legen diese in die Induktionsspule ein. Über die Zoller Schrink-by-Light-Funktion wird Ihnen angezeigt, dass Sie die Spule richtig konfiguriert haben. Über die Achsverstellung verschieben Sie die Induktionsspule auf das Schrumpffutter. Sie bestätigen den Arbeitsschritt und können nun den Schrumpfprozess starten. Entweder direkt am Handgriff oder über die Pilotsoftware. An der LED-Anzeige wird Ihnen angezeigt, über die Zoller-Funktion Cool-by-Light, welche Kühlglocke Sie auszuwählen haben. Die Kühlglocke senkt sich ab, über das Schrumpffutter und die rote Farbe zeigt Ihnen an, Ihr Schrumpffutter ist noch heiß. Das blaue Licht signalisiert Ihnen, der Kühlprozess ist abgeschlossen. Sie können die Kühlglocke entfernen und das Schrumpffutter für den nächsten Prozess, zum Beispiel das Wuchten oder Vermessen einsetzen. Die neue PowerString 400 600 Geräteserie bietet eine breite Auswahl an möglichen Optionen und Zubehör, damit die Geräte entsprechend den Ansprüchen in ihrer Fertigung optimal konfiguriert werden können. Ob ein PowerString 400 Gerät oder ein PowerString 600 Gerät ausgewählt wird, hängt von der Anzahl an Werkzeugen ab, die täglich in Ihrer Fertigung bereitgestellt werden müssen. Haben Sie eine Vielzahl an Werkzeugen, dann sind Sie mit dem PowerString 600 Gerät bestens ausgestattet. Ein weiteres Auswahlkriterium ist die maximale Werkzeuglänge. Beim PowerString 400 Gerät 400 mm, beim PowerString 600 Gerät maximale Werkzeuglänge 600 mm. Entsprechend der Größe Ihrer Werkzeugaufnahmen stehen in Spulenvarianten in den Leistungsbereichen 14 KVA mit Abschirmscheiben oder Zoller Warrock und 22 KVA mit Abschirmscheiben zur Verfügung. Das optional erhältliche, lichtgesteuerte Bedienerführungssystem Zoller Act by Light mit den Funktionen Shrink by Light für den sicheren Heizprozess, mit der Funktion Cool by Light für den effektiven und sicheren Kühlprozess. Das Zoller Untertischsystem bietet weiterhin ergonomischen Zugang zur nötigen Wartungsarbeiten oder eventuellen Reparaturtätigkeiten. Das Zoller Untertischsystem für den ergonomischen und sicheren Einsatz der PowerString Geräte in Ihrer Fertigung. Mit optionalen Ablagen für Handscanner, Reinigungsbürsten, Sicherheitshandschuhe, Werkzeugen, Kühladapter und Auflagescheiben. Als weitere Optionen bietet Zoller für die Werkzeuglängeneinstellung die Systeme Toolset und Lightset an. Für das Ausschrumpfen von abgebrochenen Werkzeugen wird eine Ausschrumpfeinrichtung angeboten. Zoller setzt mit dieser Produktneuentwicklung der PowerString 400-600 Geräte Serie einen Meilenstein in der Schrumpftechnik. Diese Geräte sind ab sofort für Sie erhältlich. Setzen Sie sich mit Ihrem zuständigen Vertriebspartner in Verbindung. Auch für Sie als Händler oder OEM bietet Zoller mit diesem Produkt Neuentwicklungen. Zoller Tooling mit ID-Chip-Technologie, Zoller Schrumpftechnik und Zoller Wuchttechnik. Neue Möglichkeiten im Wiederverkauf. Wir laden Sie herzlich ein zu Zoller in die Smart Factory nach Pleidelsheim. Möchten Sie sich sofort informieren, nutzen Sie die Online-Möglichkeiten direkt hier aus der Smart Factory. Wir bedanken uns für Ihre Zeit und freuen uns auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen. Wir, das Technologieunternehmen Zoller, fokussierten unsere Erfahrungen und Kompetenzen auf diese Produktneuentwicklung. Wir setzen damit einen weiteren Meilenstein und kompletieren das Produktportfolio. Zoller Tooling mit ID-Chip-Technologie. Zoller PowerString 400-600 Geräteserie. Zoller Tool Balancer 550-750 Geräteserie. Zoller Einstell- und Messgerätetechnologie. Typisch Zoller. Alles aus einer Hand. Alles für Ihren Erfolg. Zoller PowerStraut portrait. Zoller PowerStraut